Hallo liebe Freunde, zurück bei ANO1800 hier auf meinem Kanal. Hier mit unserem Öltransporter. Sehr cool. Ja und wir haben hier eigentlich eine Hauptstadt. Schön schön. Mal gucken was hier aussieht. Ja die haben immer noch zu wenig Fleischkonserven. Jetzt muss ich mal schauen wo wir die haben. Vielleicht ist diese Insel ja noch unberührt. Sie haben wenig Anstand. Schauen vielleicht ist die hier hinten. Aber hier die Fleischkonserven. Es scheint nicht der Volk zu sein. Die Lager sind voll. Das ist ziemlich schlecht, dass hier die Lager voll sind. Wo haben wir die Konserven hingesetzt? Wahrscheinlich hier. Auf dieser Insel haben wir eine. Zwei von denen. Zwei. Vier von denen. Wir brauchen im Prinzip auch. Vier von diesen. Das ist die Vergage. Und da haben wir noch das Kraftwerk hin platziert. Wir machen das mal hier hin. Dann hier noch eins. Dann gibt es hier nämlich noch so eine Fleischkonservenfabrik. Wir machen nochmal ganz einfach hier hin. Sobald wir sie bauen können. Hier fehlen nämlich das Stahl und die Fenster. Es bildet sich bereits eine Staubschiff. Es bildet sich bereits eine Staubschiff. So. Da können wir mal zwei in Betrieb nehmen. Den holen wir hier mal noch. Wir haben hier den Stahl. Wir haben hier den Stahl. Hier haben wir die Fenster. Ich glaube die produzieren. Nee, Stahl und Fenster haben wir hier. Fenster produzieren wir aber nicht hier, sondern Stahl. Wir können eigentlich den Stahl mal hier abholen. Die Fenster müssen wir wahrscheinlich da holen. Wir produzieren aber glaube ich Nahrung, so wie ich das sehe. Ja gut, aber auch noch den Schnaps. So wie es aussieht. Ne, das Bier produzieren wir hier. Das Lager ist voll. Wir werden beobachtet. Wir brauchen da auch noch Steine, um das Teil zu bauen. Ja, zehn Stück. Hier brauchen wir dafür auch genug. Gut, wir brauchen hier schon noch ein bisschen Rohstoffe. Um das zu bewerkstelligen. Ja, schon gut, Willi. Nicht so euphorisch. Gut, wir brauchen von hier, haben wir gesagt. Wo haben wir es denn? Die Stahlträger. Dann gehen wir hier unten. Und Fenster holen. Die Feierlichkeiten sind beendet. Kurs gesetzt. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, schon wieder. Da haben wir hier in ihrer Insel gekauft. Okay, die haben wir mittlerweile wieder zurückgekauft. Hier darf es sich verringern, das ist ja gar kein Problem. Wir schauen hier mal bei dem Zeitungsarchiv. Ja, die sind jetzt nicht so überragend. Die Zeitungen. Aber eben. Können wir, glaube ich, so lassen. Den Einfluss ist auch noch relativ gut. Das Schiff ist hier unterwegs. Sobald sie hier ankommen. Ich hoffe, wir können hier ein bisschen von den jetzt, von den Bleiskonserven hier anliefern. Zufriedenheit minus 1. Zufriedenheit minus 30. Aha. Arbeitsbedingungen. Wo haben wir die denn? Ich wusste gar nicht, dass ich so produktiv sein kann. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand... Haben wir denn die Arbeitsbedingungen raufgeschraubt? Vielleicht hier hinten. Nein. Aha, hier plus 10. Okay. Gehen wir mal hier auf 0. Ja, die Zufriedenheit ist eigentlich okay. Würde ich sagen. So, jetzt können wir hier ein bisschen Fenster einladen. Dann schicken wir das hier rüber. Damit wir hier mal wieder vorwärts kommen. Dann können wir hier nämlich noch nennen sie sich dem Schiff um mit dem Gleitschutz zu beginnen. Dann haben wir doch da eine riesen Flotte. Können wir die mal hier hin. Sollte das nämlich auch funktionieren. Sollte das nämlich auch funktionieren. Der kommt auch schon. Können wir hier dann nämlich mal weiter beginnen. Sollten wir dann hier hinten. Aha, die Produktion im Prinzip. Könnten wir eigentlich die Gebäude hier dann auch mal reduzieren. Damit wir hier ein bisschen mehr Platz hinkriegen. Damit wir hier ein bisschen mehr Platz hinkriegen. Mit zu wenig Handwerker. Für das Teil. Das heisst wir müssen auf der Hauptinsel noch ein paar Häuser aufsteigen lassen. Das werden wir hier auch mal tun. Dann haben wir hier nämlich auch wieder mehr Leute. Gucken. Spexausbruch zwischen den Gewahlen. Ja, das muss uns eigentlich nicht interessieren. Keine Änderung. Die hat auch wieder Anteile zurück gekauft. Du möchtest wohl mein Museum mitfinanzieren, was? Gut. Dann hat die auch das wieder. Dann haben wir die Anteile auch wieder. Gut. Dann schauen wir dazu, dass wir da noch ein bisschen mehr Fenster und dergleichen hinkriegen. Dort oben. Gut. Wir haben jetzt wieder genug Mitarbeitende. Okay. So, dass wir das hier auch mal bauen können. So. Hier die Konserven auch weiter nach oben gehen. Dann würde ich hier aber noch ein Schiffren bauen lassen. So ein Klipperer. Werden wir hier brauchen. Oh. Wir haben. Ja. die Arbeitskräfte. Ja. Die erholen sich relativ schnell jetzt. Wir könnten jetzt hier ein bisschen mehr Häuser hinsetzen. Im Prinzip. Das können wir bauen. Mal schauen am Marktplatz. Wohin reicht er noch? Weil er reicht hier immer noch. Sehr gut. Ja. Er ist nicht mehr ganz in dem Bereich. Von dem her können wir eigentlich noch einen Marktplatz irgendwie gebrauchen. den mal hier hinsetzen. Den mal hier hinsetzen. Moment. So. Ich glaube wahrscheinlich gerade ein bisschen verkehrt. Schiff unter Beschuss. Na was jetzt. Schon wieder der. Wir sollen mal drinnen ein bisschen patrouillieren. Moment. Wir haben nämlich Kanonen. Kann der nämlich hier schon mal beginnen. Wir haben hier auch noch ein Reperturkran. Wo haben wir den denn? Hier. Ah jetzt fehlt uns genau die Steine. Um das Teil zu bauen. So sollte es aber zumindest hier mal reichen. Hier wollten wir Fenster holen. Die haben wir hier. Hier. Dann holen wir hier oben aber noch Stahlträger. Dass wir die auch haben. aushalten. So. So. Spielstand gespeichert. Die sollten glaube ich das schief exportieren. nicht. Das ist abgeschlossen. So wie es scheint. Ne. Der Auftrag hat anscheinend begonnen. Der hat seine Anteile wieder zurück gekauft hier. Die Insel ist eine echte Goldgrube oder? Dann kann der das ganze hier zurück aufnehmen. Okay. Gut. Dann hier wollen wir noch Stahl haben. Gut. Dann gehst du wieder hier rüber. Und das ist schon mal weg. Das ging ziemlich rassig jetzt hier unten. Wir haben wieder versucht die Anteile zurückzukaufen hier. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Den schlimmen Finger hier. Wir haben 72 Arbeiter zu wenig. Sehe ich gerade. Das heisst wir brauchen noch ein bisschen Arbeiter. Wenn das hier Unterdrückung ist, dann gefällt es mir. So wird es jetzt plötzlich mehr hier oben. Haben wir jetzt irgendwas was nachlässt? Wie soll ich mich in dieser Lage nur konzentrieren? Ne. Eigentlich nicht. Na gut. Das Bier geht ein bisschen aus. Das wird es wahrscheinlich sein. Dass das Bier zu neigen geht. Ne, das ist es auch nicht. Hier steigt es irgendwie ein bisschen an. Keine Ahnung wieso. Auf der höheren Stufe. Und bauen hier mal noch ein paar Häuser. Gar nicht nur noch. Ich bin vom Stapel gelaufen. Ich bin vom Stapel gelaufen. Ich bin vom Stapel gelaufen. Glaubt hier hin. Und hier hin. So. Was hat sie? Sehen sie, hier hin, Cahinas. Ok, sind die anderen hier durch. Sind jetzt meine anderen Schiffe? Wir sind hier, ok, gut, die sollen hier hin, gut, wir sind hier oben wieder im grünen Bereich, soweit. Jetzt können wir hier aber noch eine Schränke hinstellen, dann kriege ich da nicht mal hin, toll. Dann bringen wir die mal hier hin, dann natürlich hier die Steinstrasse. So, können wir hier nämlich dann auch noch mit Toyser weiter rausbauen. Das ist alles auch angekommen. Gut, das heisst jetzt, ja gut, Lehmfeld und natürlich hier noch Ingenieuren, da brauchen wir 150. Müssen wir also auch noch ein bisschen Häusen updaten. Ähm, im Moment geht's nicht. Aha, Fleisch fehlt. Ähm, wieso fehlt jetzt plötzlich Fleisch? Ach, nö. Das sind echt zu wenig. Minus 1, ja, wir haben zu wenige. Die arbeiten auf 100%. Gut, das sind halt hier ausserhalb von dem Teil. Können wir da noch einen Stromdienst hinstellen, geht das? Ähm, wenn ich es finde. Hier. So, ja, braucht 150. Gut, werden wir halt hier konventionell arbeiten, wieder mal. So, eine Schweineform für einen suchen. Ähm, wir müssen wahrscheinlich hier hinsetzen. Ach, da brauchen wir nur 5 Felder. Heh. Okay, jetzt habe ich es gerade ein bisschen falsch gebaut. Ähm, ne, den muss ich auch noch wegnehmen. So, können wir das hier nämlich so verbinden. So. Dann gibt es hier noch, ne, solche Sorgsteilin. Dann sollte das auch wieder in den grünen Bereich hoffentlich. Zumindest. Das hier. Ja, steigt schon wieder. Die Fleischkonserven sind einfach immer noch ein bisschen knapp. Wie sieht das jetzt hier mit den Fleischkonserven aus? Bei 9. Das heisst auch nicht gerade sehr viel. Wie müssen wir einfach das Ding mal hier bauen können? Gut, 150 waren wir jetzt. Ah, es fehlen noch 40. Wir brauchen hier noch ein bisschen Steine. Die können wir hier holen. Die können wir hier holen. Und hier alles ein bisschen verteilt ist. Und hier können wir bald die Anteile wieder übernehmen. Und jetzt können wir hier wieder ein bisschen updaten. Und hier können wir hier noch ein bisschen updaten. Hallo? Habt ihr keine Schule? Doch sollten sie es schon haben. Er ärgert der Ingenieur. Was fehlt denn hier? Umliegende Gebäude, Feuerwoche. Sehr gering. So haben wir das schon immer gemacht, pflegen wie Bauern zu sagen, aber die Wissenschaft wird den ganzen alten Schlick schon bald kräftig aufwühlen. Wieso sind die verärgert? Wieso schlimm mit denen? Gut, wir brauchen Steine, habe ich gesagt. Das hier. Müssen wir mal wieder hier rüber bringen. Ja liebe Freunde, ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine Pause. Ja, hier hinten haben wir nämlich die Anlegestelle für das Öl. Hier vorne eben leider noch nicht. Ja, da muss ich eh noch schauen, wie ich da nach hinten komme. So wie das ausschaut. Mal gucken, ob ich das bereits jetzt schon machen kann. Die Schiene nehme ich. Mit der ich bin da rüber. bis hier hin, dann noch da drüben, zum Beispiel gerade bis dahin, was wir hier so machen, das ist eigentlich passend. Dann bräuchten wir hier dann eigentlich auch nur noch Öl. Jetzt fehlt hier noch Stahlträger, heieiei. Okay, Stahlträger müssten hier noch hin, ja dann wäre hier eigentlich schon mal alles wieder im grünen Bereich. Oh, eine Inspektion. Dann brauchen wir hier drin. Hier haben wir auch schon wieder kein Öl mehr. Ja, wir brauchen schon dringend mehr Öl. Bohrteile. Ölbohrungen. Niemand hat mir je zuvor so viel Vertrauen geschenkt. Ja, schön für dich. Gut, da haben wir es jetzt. Hat es hier noch Öl? Ne, hier hat es glaube ich kein Öl. Hier hat es kein Öl. Hm. Ölvorkommen bräuchten wir dringend. Ja, Ölvorkommen ist irgendwie ein bisschen rar. So wie es scheint. Hm. Schon etwas doof. Wie viel Öl haben wir hier gesammelt. Na gut, da können wir noch ein bisschen abzweigen würde ich sagen. Weil, ja, ich werde mal schauen wie ich das einrichten kann. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und hoffentlich seid ihr beim nächsten wieder mal mit dabei, wenn wir hier dann auch weitermachen bei unserer Stadt. Bis dahin, alles Gute und hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss.